Ja, meine Freunde, nachdem Schuyoka mich jetzt Feind markiert hat, hat sie noch was weiteres gewagt. Und zwar hat sie mich mit meinem 100. Account auch blockiert, weil sie kann nicht so wirklich mit Kritik umgehen, ja. Ich habe versucht, einfühlsam auf sie zuzugehen, aber irgendwie wollte sie es nicht wahrhaben, hat gedacht, nee, der Junge, der ist bestimmt ein antifeministischer Krieger, den werden wir direkt mal wegblocken. Und da ich ja scheinbar der Führer der antifeministischen Kampagne bin, dachte ich mir, lassen wir mal die Glocken läuten. Ausnahmsweise mal nicht meine, sondern die von Ofenkäse, weil Ofenkäse hat ein Video gemacht. Ist Schuyoka ein Drachen-Hater und doxt die Leute auf Twitter? Ich kann es mir ja fast schon vorstellen, ich weiß es aber nicht. Deshalb gucken wir uns das Video an mit dem neuen Holy Shaker, by the way. Es gibt nämlich den Retter-Shaker, ja. 5 Euro gehen immer ins DRK, wenn ihr da einen Holy Retter-Shaker bestellt. Und viel besser, nicht nur 5 Euro gehen ans DRK, sondern Schuyoka ärgert sich auch pro verkauften Shaker. Deshalb rein in den Lachs und wir gehen rein ins Video-Abfahrt. Bäau. Oh Gott. Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Heute sprechen wir ja über Shuyoka, denn da gab es nun vor kurzem wieder ein paar Entwicklungen. Junge, 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 da geht einem echt die Hutschnur hoch. Und tatsächlich bin ich gerade auch ein wenig angefressen, wo ich das jetzt aufnehme, weil diese Unvernunft und Doppelmoral einem wirklich zu denken geben, was mit dieser Frau los ist. Aber wir gehen das gleich alles ganz in Ruhe nacheinander durch und besprechen mal ein paar Szenen aus ihrem letzten Stream, in dem sie nämlich auch mich erwähnt hat. Und dann sprechen wir noch über ASB-Mafia, der mit Shuyoka nun auch einen Beef anfängt. Ach, jeder fängt, was heißt, man fängt ein Beef mit Shuyoka an? Eigentlich ist das ja eher umgekehrt. Shuyoka feuert aus allen ihr verfügbaren Löchern. Auch wenn das jetzt wieder sehr antifeministisch klingt. Aber sie fängt ja mit jedem Beef an. Wie gesagt, sie hat mich blockiert. Sie hat mich vorher auf Twitter-Feind markiert, weil sie hat nämlich irgendeinen Beitrag von meinem Stream retweetet. Ja, das heißt, sie redet über mich oder lässt die Leute über mich reden und blockiert mich zeitgleich. Also so viel zu dem Thema. Das heißt, selbst mit mir als unbedeutenden Streamer, selbst mit mir will sie irgendwie nicht so recht kommunizieren. Ich warte übrigens noch auf den nächsten Shuyoka-Stream. Wenn ich da nicht irgendwie auch diffamiert werde, dann läuft was falsch. Ich ahne Schlimmes, Freunde. ...dran man sieht, wie die Eskalationsspirale jetzt gerade wieder nach oben geschraubt wird. Okay, bevor wir aber anfangen, noch zwei Fotos, die mir zugeschickt wurden. Das eine von drei Freunden aus Japan. Oh, geil, der hat so T-Shirts. Die sind doch fresh. ...apanen Ufi-Shirts. Vielen Dank dafür. Und nach Japan muss ich wirklich auch noch mal. Das ist, glaube ich, echt eines der Ziele, die mir jeder mal besucht haben sollte. Es gibt irgendwie keine schlechten Fotos aus Japan. Das sieht immer alles so echt genial aus. Ich muss da wirklich mal hin. Und dann noch ein anderes Foto, und zwar das hier von Bella Ray. Eine, ähm, ja, Darstellerin, nenne ich sie mal, die ihr vielleicht von Twitter kennt oder von... Also, Freunde, da liegt der Fokus. Also, auch wenn das jetzt wieder doof klingt, ne? Warum postet man oder warum schickt man denn so ein Bild? Dann zieht ihr doch wenigstens eine Hose an. Aber, was ich sofort erkannt habe, weil meine Blicke, ne, Freunde, die sind bei Frauen jetzt nicht so fixiert. Ich hab eher da hinten die Pussy... Also, nicht die, ich hab hier hinten die Katze gesehen, ne? Die guckt da gerade aus dem Fenster, weil selbst sie kann scheinbar nicht hingucken. Naja, gut. ...von auch anderen Plattformen. Und auch sie posiert hier vor ihren 52.000 Twitter-Followern im Ofi-Shirt. Sie meinte auch mal, dass sie schon länger, seit ein paar Jahren dabei ist im Game und auch schon mehrmals am ASB vor der Schanze stand. Also, ganz liebe Grüße gehen raus an die Ehren-Haterin Bella. Und ich muss echt sagen, ich bin wirklich erstaunt, wer so alles so ein Ofi-Shirt trägt. Hätte mir das jemand vor knapp drei Jahren gesagt, hätte ich vermutlich geantwortet, ja, ist klar. Und gleichzeitig hab ich dann 136... Ähm, was diese ASB-Mafia macht, ist übertrieben. Der macht IRL-Streams und sucht dabei Schiokas Privatwohnung. Ja gut, ich hab so Ausschnitte auf Twitter gesehen und bevor wir das Video gucken, Freunde, das muss uns allen auch klar sein. Egal, wie sehr wir auch uns nicht mit Schiokas identifizieren können und auch wenn wir uns nicht mit ihrer grundsätzlichen Haltung und Einstellung identifizieren können, das geht gar nicht. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Doxing geht sowieso niemals klar, egal in welche Richtung, grundsätzlich nein. Und, ähm, wenn da irgendeiner in einem IRL-Livestream zu ihr nach Hause fährt, da distanzier ich mich auf weiteste. Und da muss ich sagen, egal was passiert ist, da müssen wir auch, und wirklich, kein Scheiß, da müssen wir einfach zu Schiokas halten. Ich kann es selbst kaum glauben, aber wenn jemand zu ihr nach Hause fährt, ist das nicht cool. Und das sollte auch bestraft werden, das ist maximal Stalking. Und ich glaube, das ist uns allen auch bewusst, ja. Von daher, ich möchte es hier nochmal erwähnen, falls mir irgendwer wieder unterstellen würde, ich würde das unterstützen. Selbstverständlich tue ich es nicht, weil das ist natürlich was, was gar nicht fit geht. 30.000 Follower mehr auf YouTube als der reine. Aber, nun gut, heute stehen wir da und da möchte ich natürlich auch noch einmal ganz lieb. Genau, das ist ja genau das Gleiche, was man bei den ganzen Schioka-Boys da kritisiert, ne. Das ist genauso schlimm. Also, man macht es ja nicht besser, wenn man das Gleiche tut und, ähm, lasst es einfach sein. Ich liebe Danke an euch alle sagen, denn ohne euch wäre das alles nicht möglich und von daher ganz viel Liebe geht an euch alle raus, die mich hierbei so unterstützen. Und vielleicht ist einer dieser 136.000 Follower ja auch Schioka, denn sie hat mich jetzt in ihrem letzten Stream mal erwähnt und da schauen wir gleich mal kurz rein. Ach nein. Denn die gute Schioka mag es nicht, dass Streamer oder Künstler wie die gute Carina Push mir auf Twitter folgen, denn ich bin doch jemand ganz, ganz Böses. Ein böser Mensch aus der Drachenbubble. Ja, und dieses Wort werden wir heute noch des Öfteren hören, denn für unsere liebe Schioka ist das ein Grund, sich nicht mehr mit Fakten auseinanderzusetzen, die von jemanden kommen, denen sie diese Gruppe einordnet. Ja. Sondern wird einfach dann nur dämonisiert und Aussagen, Meinung oder Argumente werden dann gar nicht mehr wahrgenommen. Also, ganz ehrlich, ich kenne Ofenkäse durch die Videos von Schioka. Wir haben das erste Mal reagiert vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen und die Schioka-Videos von seiner Einschätzung her, die finde ich wirklich gut und 99% der Ansichten teilen wir auch. Was er zu Drachenlord gemacht hat, weiß ich nicht, interessiert mich aber auch eher weniger, wenn ich Schioka-Content sehe. Ja, also, ich kann es wirklich nicht einschätzen, ich kann nur sagen, der Schioka-Content, der ist fein und da bin ich argumentativ ganz auf seiner Seite. Wenn man da irgendwas unterstützt hat, von wegen man geht zu der sogenannten Drachenschanze, man unterstützt da Mobbing und Stalking, das ist natürlich auch nicht geil, ja. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Die liebe Schioka hat mal wieder gestreamt und boy, oh boy, war die mal wieder auf 100 Sachen 80. Sie hat am Freitag, den 25.10., ich nehme das Video jetzt hier am 26.10. auf, also gestern sich mit Kuchenfalls beschäftigt. Einmal kurze Erklärung, das ist eine Seite, die vermutlich von einem ihrer Fans, ich denke, das wird von dem Dave gemanagt, dem ganz, ganz speziellen Freund von Schioka. Mutmaßlich, ja, liebe Grüße an Müller-Römer. Aber das ist nur meine Vermutung, das weiß ich natürlich auch nicht sicher. Zu dem kommen wir aber auch gleich nochmal, wenn wir über ASB-Mafia sprechen. Auf jeden Fall sind diese Kuchenfalls eine Seite, die Sachen aufarbeitet, die KuchenTV so gesagt hat und gemacht hat und ihn versucht, in ein schlechtes Licht zu rücken, in dem ganz viel Doppelmoral angewendet wird, Kontexte weggelassen werden und versucht wird, auf so eine pseudo-journalistische Art vorzugehen. Ja, ja, genau, das ist wirklich eine übelste pseudo-journalistische Tätigkeit da. Wir haben letztens auf einen Beitrag tatsächlich auch von Kuchenfalls reagiert. Da ging es um EMP und dass das Placement bei Kuchen jetzt gecancelt worden ist. Ey, das müsst ihr euch wirklich mal ungelogen reinziehen. Da sind so viele falsche Tatsachenbehauptungen bei, da ist so viel Framing, so viel Unwahrheit drin. Also keine Ahnung, egal wer diese Seite führt, das kann kein normal denkender Mensch sein, wirklich nicht. Treyokas Vorgehen und Aussagen in ihren Streams dann ins richtige Licht zu rücken, zu rechtfertigen und dann auch so zu framen, wie sie es dann gerne hätte. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das aus ihrem sehr nahen Umfeld alles kommt. Und ja, was wäre dann besser, als wenn Treyoka diese Lobpreisartikel von einem Fan im Stream dann auch selber durchgeht und das alles als Fakten ansieht, was da geschrieben wird. Ja, so könnt ihr euch dann ihren Stream vorstellen, indem sie diese Simplo-Preisung vorliest, in die Kamera schaut, schnauft und ständig Sachen sagt wie, ja genau. Mir fällt ja immer dieses Meme ein, wenn Treyoka von Kuchenfalls spricht. Aber okay, das ist halt meine Meinung. Bei dieser Besprechung hat sie jetzt aber... Ja, was sagt sie denn grundsätzlich zu Kuchenfalls? Hat sie jetzt irgendwann im Verlauf mal gesagt, dass sie da mit drin hängt? Oder sagt sie immer noch, nö, ich wusste davon nix und die Seite gehört mir nicht, ich arbeite da gar nicht mit dran und es ist eine ganz neutrale journalistische Tätigkeit? Also warum sollte sie so eine Seite ständig plattformen und wirklich Wort für Wort genau das Gleiche immer sagen? Zweiteres, ja, ich hab's befürchtet. Aber sich auf jeden Fall gut in Rage geredet. Und warum das meiner Meinung nach so ist, da kommen wir gleich nochmal zum Ende hinzu, wenn wir auch wieder über Dave sprechen. Aber ich möchte euch mal ein paar Ausschnitte aus diesem Stream zeigen, denn eine Person, über die sie sich da aufregt, war Carina Pusch. Und da hören wir mal kurz rein. Währenddessen schreibt Tom dann dem Asgeron, dass er aber nicht möchte, dass die kritisiert werden, weil sie können ja nicht jeden Drachen-Hater-Account kennen und Carina folgt einem Ofenkäse. Und ich denke mir so, alter Carina, also entweder du lügst, weil... Oh nein, da war das dämonische Lachen wieder. Da war das dämonische Lachen. Können wir das nochmal haben, Regie bitte? Daran merkt man, dass alles das, was nach dem Lachen kommt, eher unwahr ist. Das ist meine persönliche Erfahrung. Carina, also entweder du lügst... Da muss sie selber lachen, ne? Das ist geil. Entweder du lügst und fängt an zu lachen. Das ist auch... Ja, ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Wenn du behauptest, dass du einen Überblick über die Situation hast, oder Tom lügt, wenn er behauptet, dass ihr keinen Überblick über die Accounts habt, denen Carina folgt und mit denen Carina interagiert. Ja, und jeder, der sich mit Shoyoka so ein bisschen beschäftigt, weiß auch, dass sie und Carina nicht mehr die besten Freunde sind. Und Shoyoka regt sich nun auf, dass eine Carina mir auf Twitter folgt. Denn ich bin doch jemand ganz, ganz Böses aus der... Drachenbubble. Aber war das nicht... Wer war denn das? War das Ellie? Oder, ähm... Ah, wie hieß denn die andere Dame nochmal? Ich bin so lost manchmal, ne? Letztens hat Shoyoka doch einer Betroffenen das Betroffensein abgesprochen. War das nicht so? Weil sie mal einen Tweet von Drachenlord oder irgendwas mit Drachenlord retweetet, hat auch nur wirklich einen Beitrag in ewigen Jahren und sie wurde dann als Miss Nice Forward safe. Und genau, eine der beiden Personen wurde dann irgendwie, ähm, ja, wurde das Betroffensein abgesprochen, weil sie gehören ja angeblich zu dieser Drachenhater-Bubble, ne? Genau, ein Drachenlord-Meme sogar nur. Ja, also, Freunde, genau. Und dieses, dieses Framing, dass man jetzt Menschen hinstellt wie Carina Pusch und sie wäre quasi, dadurch, dass sie einem Ofenkäse folgt, wäre sie eine Drachenhaterin. Alter, das müsst ihr euch mal vorstellen, was für eine Argumentationskette da dran hängt. Das ist doch, das ist doch so bescheuert. Und das sind die, die handelsüblichen Shoyoka-Argumentationsketten, ja? Ja, wenn die Kette im Kreis ist, ne? Das macht halt keinen Sinn. Ändert ja nichts an der inhaltlichen Kritik. Guck mal, ich folge ihm zum Beispiel auch. Ist jetzt meine Kritik nichts wert, weil ich ihm folge? Ich hab das ganze Drachenlord-Scheiß-Game da nicht verfolgt. Ich distanzier mich da auch von. Trotzdem sind seine Argumente gegen Shoyoka valide. Ich unterstütze das dann, wenn die valide sind. Bin ich jetzt auch unglaubwürdig, weil ich ihm folge? Also, das macht einfach hinten und vorne keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und da will ich dann auch mal ein paar Sachen dazu sagen. Wir haben das ja zum Beispiel auch mal bei diesem Clip hier auf meinem Kanal hier in einem anderen Video gehört. Du bist ein Mann, damit hast du verloren. Ja, ich, ja, ich vergesse immer. Ja, Freunde, das, das stimmt. Ich vergesse immer die Grundsätze einer Argumentation von Shoyoka. Ich bin ein Mann und sie ist eine Frau. Also, hab ich verloren. Richtig. Chat, ihr habt aufgepasst, Kuss geht raus. Als Shoyoka über Ellie Greedy gesprochen hat, die als Betroffene sich gegen Shoyokas Framing ausgesprochen hat und Shoyoka das gar nicht ernst genommen hat, weggewischt hat, weil sie ja mal einen Drachen-Meme geteilt hat. Ach, Ritter. Nicht schon wieder. Ein Mitglied der Drachen-Bubble. Ja. Also jetzt schon mal als Algo-Kommentar Drachen-Bubble, ne, wisst ihr Bescheid. Und Shoyoka ist halt der Meinung, jeder, der sich irgendwie mal mit dem Drachen-Leut beschäftigt hat, sei es in Videos oder mal ein Meme geteilt hat, der hat seine Stimme verloren, wenn es um wichtige Themen geht. Diese Leute werden gar nicht mehr wahrgenommen, egal wie viel Wahrheit von ihnen ausgesprochen wird. Und da denke ich mir so, ist das nicht auch eine Art von Diskriminierung oder zumindest böswilliger Ausgrenzung, wie sie es ja immer darstellt und sich dagegen ausspricht, dass Leute aufgrund von irgendeiner Zugehörigkeit, die sie entscheidet, nicht mehr ernst genommen werden, ausgeschlossen werden und deren Meinung und Aussagen als von vornherein falsch dargestellt werden? Ey, das ist aber ein stabiler Ansatz, ne? Naja, irgendwie hat der ja schon recht, weil Shoyoka ist die einzige, die bestimmt, wer wozu gehört. Ne, sie hat dann den Boys Club irgendwie gegründet, irgendwie wissentlich oder unwissentlich, keine Ahnung. Jetzt framet sie einige Menschen als zugehörig zur Drachen-Bubble und die sind dann automatisch unglaubwürdig. Das ist dann immer ihre Definition. Und wer bestimmt das? Nur Shoyoka. Bin ich jetzt ein Drachen-Hater, weil ich ihm folge? Das war ja meine Ursprungsfrage. Und das ist ein interessanter Ansatz, ob das jetzt auch Rassismus ist. Finde ich irgendwie schon. Also müsste man sich jetzt ein bisschen nochmal Gedanken drüber machen, aber das klingt auf jeden Fall valide. Ohne dass sich diese überhaupt angehört werden? Ich dachte immer, Shoyoka wäre so eine aufgeschlossene Person, die so pointiert, oh, Entschuldigung, pointiert, reden kann und sich immer super in politischen Themen einarbeitet, laut dem RND-Bericht. Wo ist denn da die Reflexion und die Aufgeschlossenheit, die dir doch immer von deinen Journalisten-Kollegen dann so zugesprochen werden? Sehe ich jetzt hier nicht wirklich. Aber mal kurz zu Carina, also zu dieser ganzen Thematik. Sie folgt mir auf Twitter. Ja, das stimmt. Ich bin auch ab und zu mal bei ihrem Stream drin, genau wie ich auch mal bei leeren Frau im Stream bin ab und zu. Oder bei MJ Riddle. Liebe Grüße gehen an alle natürlich raus. Und mal als Beispiel bei Carinas Stream jetzt hier. Die sind halt meiner Meinung nach extrem entspannt, wenn halt einfach ein bisschen nett miteinander geredet wird. Und ich schaue mir das ganz oft an, einfach so ein bisschen runterzukommen. Und außerdem muss ich hier auch nochmal ganz klar sagen, ich feiere ihre künstlerische... Äh, diskriminierend, Jett. Ich habe, äh, diskriminierend meinte ich. Jaja, nicht Rassismus, diskriminierend, safe. ...werke richtig, richtig hart. Ich blende euch mal ein Video von ihr dazu ein. Ich bin wirklich maximal künstlerisch und kreativ. Boah, das ist schon crazy, ne? Also sie kann es halt wirklich richtig gut. Und ich habe das in meinen Videos hier, wo ich mal kreative Sachen... Das war nice? War das... Ist das Avatar? Ja, oder? Ist das nicht hier, ähm, ähm, Avatar? ...aus dem Game mal besprochen, habe auch öfter schon mal gesagt, ich kann selber sowas nicht hinbekommen. Aber ich finde das Wahnsinn, wie kreativ manche Leute sein können und wie künstlerisch sie das dann auch ausleben können. Und wenn ihr jetzt hier diese Werke von Carina mal seht, kann ich wirklich nur sagen, ich feiere es, wenn Leute so etwas hinbekommen und damit wirklich auch zur Weltspitze gehören in diesem Bereich. Und ich finde das einfach cool. Junge, das ist so unnormal gut, ne? Also wirklich, ich könnte das niemals im Leben. Also ich bin auch ein Mensch, der eher unkreativ ist. Und gerade sowas ist ja richtig Kunst. Das ist einfach cool. Warum sollte ich dann also nicht ihre Streams zum Beispiel anschauen dürfen oder ihrem Kanal folgen? Crazy. Klar, sie hat auch nicht immer die gleichen Meinungen zu bestimmten Themen wie ich. Aber das ist doch auch gar nicht notwendig. Und genauso kann sie mir auf Twitter folgen, weil sie vielleicht interessiert ist, was ich über Shoyoka zu sagen habe. Auch wenn eine Carina nicht allem zustimmt, was ich sonst sage. Ein Follow bei irgendeinem Kanal heißt doch nicht, wir unterstützen uns nun jetzt zu 100 Prozent. Ganz egal, was der andere sagt oder macht. Weil jeder hat ja jetzt die gleichen moralischen und weltanschaulichen Ansichten wie der andere. Nein. Ein Follow heißt einfach, mich interessiert, was der andere zu sagen hat und möchte es gerne auf der Timeline angezeigt bekommen, um es dann selber für mich bewerten zu können. Corpse Bride kenne ich gar nicht, aber das sah ein bisschen aus wie Avatar, oder? Eigentlich sage ich, ich habe keine Ahnung davon, aber das sah ultra schön aus. Ich feiere das. Also Carina kann man da nur unterstützen. Das macht sie wirklich gut. Vielleicht möchte man ja auch einfach nur mal verstehen, wie Leute ticken, die anders drauf sind als man selber, um halt eine gewisse Meinung für sich selbst bilden zu können zu bestimmten Themen. Und genau das will Shoyoka nicht. Shoyoka möchte sich die anderen Meinungen nicht anhören. Leute, ich sage es auch nochmal, guckt euch das an. Ich habe gerade darauf reagiert, dass sie was von mir retweetet hat. Sie hat mich quasi, wie sie sagen würde, offiziell als Feind markiert. Und ich habe da lediglich meine Meinung gesagt. Das passiert, Freunde, no joke, wenn ihr offen eure Meinung über Shoyoka sagt. Das heißt, sie möchte es sich nicht anhören. Sie will es nicht. Das funktioniert nicht. Genau das ist nämlich das Problem in der heutigen Zeit. Lego Schipper mit Prime, zweiter Monat, ist der wichtigste. Vielen, vielen Dank. Alle igeln sich nur noch in ihrer Bubble ein, wo nur genau das gesagt wird, was zu meiner Meinung passt. Und wenn Leute da mal den Horizont irgendwie erweitern wollen und sich mal auch mit anderen Sachen beschäftigen, die vielleicht nicht zu 100 Prozent ihrer Meinung entspricht, sondern vielleicht nur noch zu 50 Prozent, dann sind das Leute, die den SIF unterstützen. Und ganz, ganz böse Leute sind aus der Drache-Bappen. Ja, ich glaube aber auch einfach nur, bei Shoyoka ist da auch ganz viel angestaute Wut dabei. Das ist nicht wirklich sachlich, was sie da macht. Das ist einfach... Twitter soll endlich mal die Blog-Funktion ändern. Ja, guck mal, ich persönlich, mir ist es egal, ja. Das sind eh öffentliche Accounts, dann gucke ich halt über einen anderen Account. Das ist mir ja auch egal. Nur, was ich halt nicht verstehe, ist, dass Shoyoka Inhalte über mich teilt. Ja, also da, wo ich sogar mit meinem Gesicht zu sehen bin. Eine klassische Feindmarkierung, würde ich sagen. Und im Umkehrschluss blockiert sie aber alle meine Kanäle. Selbst auf Instagram hat sie mich blockiert. Dass ich bloß nicht sehe, was sie schreibt. Also, wie kann man denn so sein? Was ist denn das für ein Niveau? Das macht einfach gar keinen Sinn. Also einfach, weil sie vermutlich denkt, ich würde eine antifeministische Hasskampagne unterstützen. Anders kann es ja nicht sein. Aber das ist, weil Shoyoka in ihrer ganz, ganz kleinen Welt lebt. Da passiert halt einfach nichts, außer permanente Zustimmung, Echo-Kammer-Prinzip und so weiter. Einfach nur so diese Enttäuschung, dass Leute wie eine Carina sich mit Meinungen beschäftigen, die gegen Shoyoka argumentieren und nicht auf ihrer Seite steht. Und sowas nennt man dann in Neudeutsch natürlich Butthurt. Und das sehen wir bei Shoyoka leider immer, immer wieder. Aber da Shoyoka ja diese Bubble als so schlimm ansieht und jeder, der mal ein Meme zu Rainer gepostet hat, die Verkörperung des Bösen darstellt. Können wir ja mal kurz in diesen Clip hier reinschauen. Denn, liebe Shoyoka, ich habe Neuigkeiten für dich. Wenn du der Meinung bist, ich bin mit meiner Kritik in der Drachen-Bubble und ich bin ein Drachen-Hater, ja, dann hören wir mal rein. Denn du bist dann, glaube ich, auch ein Drachen-Hater. Aber bevor wir uns das anhören, Freunde, selbst wenn, ja, also ich unterstütze das auf gar keinen Fall, was damals da mit diesem Rainer Winkler passiert ist, also no way, nicht zu einem Prozent. Aber selbst wenn es so wäre, selbst wenn da ein Mensch an erster Stelle gestanden hätte und dieser Mensch aber trotzdem valide Kritik gegenüber Shoyoka hätte, selbst dann wäre die Kritik doch nicht weniger wert, nur weil er mal irgendwie angeblich geframed wurde als Drachen-Hater, oder? Also, wie findet ihr das denn? Also, ich möchte den Sinn dahinter einfach verstehen. Sie sagt, Argumentationskette, Drachen-Hater, gleich unglaubwürdig, gleich Kritik ist nichts wert. Das macht doch keinen Sinn, oder? Wir hören mal, wie ich zu dieser Meinung komme. Weil das Problem halt nicht dadurch gelöst wird, dass Betroffene aus dem Internet verschwinden. Und versteht mich jetzt nicht falsch. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich bin kein Rainer Winkler-Fan oder irgendwas in die Richtung. Und natürlich hat auch ein Rainer Winkler massiv Scheiße gebaut. Ja, und weißt du was, liebe Pia, was du da jetzt gerade gemacht hast? Du hast dich gerade als 1A-Drachen-Hater geoutet. Zumindest für den Rainer. Denn ob du selber das so siehst oder nicht, das spielt ja gar keine Rolle. Genauso wenig spielt es ja für dich eine Rolle, ob ich das so sehe oder nicht, wie du es so einschätzt. Denn du sortierst ja Leute in einen Begriff ein, der so weitläufig ist und null im Zusammenhang gebracht werden kann. Ich will dir das ja gerne mal erklären, denn du hast ja vom Thema Drachenlord scheinbar nicht ganz so viel Ahnung. Jeder, der ihn kritisiert, ist für ihn selbst ein Hater. Das ist bei Shoyoka ja genau das Gleiche. Jeder, der sie kritisiert, ist auch eine Haterin. Junge, ich erkenne Parallelen. Spiel die Polizei. Die verteilt vor seinem Haus damals Platzverweise, weil da Leute stehen und ein Bier trinken. Rainer möchte, dass die Leute aber lieber für 30 Tage eingebuchtet werden. Die Polizei sagt, ja, da haben wir leider keine Möglichkeit für. Wir können die hier halt vom Platz verweisen. Aber wir können die ja nicht einfach so einsperren, ohne dass die irgendwas gemacht haben. Und für Rainer sind dann die Polizisten Hater. Oder die Führerscheinstelle. Er hat mehrmals gezeigt, wie unvorsichtig er mit seinem Auto unterwegs war. Wie er versucht hat, auf der Weide in Altschauerberg Leute zu überfahren. Ist wegen Körperverletzung vorbestraft gewesen und wird dann zur MPU eingeladen, was halt das Normalste der Welt ist. Er geht dann nicht hin zu seinem Termin, bekommt den Führerschein abgenommen. Und was ist das Fazit? Ja, die Leute von der Führerscheinstelle sind Hater. Und wenn du, liebe... Ja, es macht in der Argumentationskette genauso wenig Sinn, wie die Argumentationskette von Shoyoka. Muss man einfach mal ganz neutral sagen, ja. Und dass Shoyoka sich in den Stream setzt und dann auch noch negativ über diesen Rainer Winkler spricht. Naja, das ist dann auch halt auch wieder eine Doppelmoral, ne. Also wirklich, was soll man dazu noch sagen? Ich fand den Tweet letztens geil, als sie nicht nur über Drachenlord geschrieben hat, sondern auch über Aline Bachmann. Ja, das war übrigens mein Favorite-Tweet aus Oktober, dass sie sich quasi auf eine Ebene stellt mit Aline Bachmann und Drachenlord. Das fand ich schon sehr spannend, würde ich sagen. Wenn du hier sagst, der Rainer hat auch viel Miss gebaut in seinem Leben. Ja, dann kann ich dir sagen, das macht dich für ihn dann auch zu einem Hater. Und daran möchte ich dir mal zeigen, dass es nicht diesen Begriff gibt, den du für alle Leute da irgendwie drüber bügeln kannst. Denn es gibt keine homogene Gruppe, die alle die gleichen Moralvorstellungen haben, die alle die gleichen Hater sind und die als sowas bezeichnet werden können. Oder halt eben als diese Drachenbubble. Ich werde von ganz vielen zum Beispiel als Moral-Ofi oder so bezeichnet, weil viele nicht meine Moralvorstellungen von Kritik an Rainer mitgehen. Aber das ist ja meiner Meinung nach auch okay, denn es gibt halt ganz verschiedene Meinungen in dieser Sache. Nein, Moment. Es gibt nicht verschiedene Meinungen in der Sache, es gibt nur Shuyokas Meinung. Und jeder, der nicht Shuyokas Meinung ist, der ist ein antifeministisches Ah, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, mit das schon mal klar ist. Und ein Volksverhetzer und ein Demokratiefeind und Mitglied einer Mobbing-Kampagne und Kipo-Konsument und... Warte mal kurz. Ich habe die Liste von Shuyoka hier liegen. Was könnte es noch sein, Chat? Was steht noch alles auf der heiligen Liste? Ein verurteilter Volksverhetzer? Hatten wir schon, glaube ich, ne? Ja, alles ist man auf jeden Fall. Alles. Alles, nur nichts Positives. Siff, Siff, stimmt. Siff, bing, bing, bing. Ich habe Bingo, Freunde, ich habe gewonnen. Siff war die richtige Antwort. Ich gebe dir mal einen anderen Vergleich, den du vielleicht ein bisschen besser verstehen kannst. Ich könnte nun dich und einen Björn Höcke in einen Topf schmeißen und immer sagen, ja, das sind... Aha, ein Holy-Trinker. Richtig und wichtig. Also, wenn man mich beleidigen möchte, bitte dann als Holy-Trinker. Ja, diese Politikbesessenen. Das wäre auch so ein übergeordneter Begriff, den ich abwertend irgendwie drüber bügeln könnte, über ganz viele Leute werfen könnte. Der aber natürlich keinerlei Substanz hat, weil du und Björn Höcke, meines Wissens nach zumindest, nicht allzu viel politische Schnittpunkte habt. Und was würdest du denken, wenn Leute dich in einer Bubble wie mit Björn Höcke zusammen framen würden? Würde nicht so wirklich passen und da würdest du wahrscheinlich auch deiner Meinung nach ganz zu Recht gegen vorgehen. Und das solltest du vielleicht mal verinnerlichen, dass diese obergeordneten Kampfbegriffe wie, ja, das sind diese Leute aus der Drachenbubble. Halt nichts aussagen, wenn du dich nicht mit diesen einzelnen Aussagen der Leute, die zu dieser Gruppe zählen, deiner Meinung nach halt beschäftigst, sondern sie gleich versuchst zu diffamieren. Und andere Leute machen das zum Beispiel, wie eine Carina Push, nicht, wo wir wieder beim eigentlichen Thema sind. Das, Freunde, da könnt ihr mich jetzt auch verbessern, wenn ihr wollt, aber das erachte ich viel, viel mehr als demokratiefeindlich, als den lieben Alpha Kevin zum Beispiel, der letztens noch eher der führende Demokratiefeind war oder gefährlich für die Demokratie war. Weil wenn man gewisse Gruppierungen grundsätzlich ausschließt und auch deren Meinung gar nicht hören möchte, quasi eine Meinungsvielfalt eingrenzt, einfach weil man sie, naja, zu einer gewissen Gruppe zählen möchte, sie ja nicht mal in der Gruppe sind, aber man sie zu der Gruppe zählen möchte, dann ist das irgendwie demokratiegefährdend, glaube ich. Weil irgendwie, man sagt ja heutzutage auch, wenn man politisch vielleicht nicht immer so Mainstream unterwegs ist und ich möchte mich da auch gar nicht zu äußern, weil ich bin auch ein sehr unpolitischer Mensch, dann ist man sofort rechts. Das ist genau das Gleiche, wie alle, die nicht so eine Mainstream-Meinung haben, sofort rechtsradikal sind. Das ist doch viel, also was bedeutet denn Demokratie? Demokratie bedeutet, dass man die Meinung von vielen, von allen Menschen mit einbegreift. Sagt man das so, mit einbegreift? Ihr wisst, was ich meine. Und Chiyoka schließt das kategorisch aus, ja? Bist du nicht auf ihrer Seite? Bist du direkt derjenige, der in erster Front da diffamiert wird, der beleidigt wird, der ausgeschlossen wird, dessen Meinung man nicht mehr hören möchte und, und, und. Das ist für mich der Inbegriff von Demokratiefeindlichkeit. Sie liest sich dann scheinbar auch meine Sachen zum Beispiel durch. Sie muss es ja nicht liken oder gut finden, hat sie meiner Meinung nach, glaube ich. Mit einbezieht, ja, genau, das wollte ich sagen, vielen Dank. Auch gar nicht bis jetzt bei irgendwelchen Tweets, die ich gemacht habe. Aber sie liest es sich durch, um sich vielleicht mal eine Meinung davon bilden zu können. Das ist halt absolut wichtig, sich auch mal mit konträren Meinungen auseinanderzusetzen. Weil man sonst irgendwann einfach in seiner eigenen Bubble gefangen ist und den Horizont aus den Augen verliert. Weil man halt nur noch von diesen Ja-Sangern umgeben ist und man die Realität aus den Augen verliert. Und genau das ist, glaube ich, im Moment dein Ziel. Einfach sich von allem abschotten und deinen Chiraden in deinen Streams loslassen, wo dir keiner direkt widersprechen kann. Und wenn dir dann irgendwie die Reactions zu blöd werden von irgendwelchen Leuten, die dann halt aufklären, dass deine gesagten Sachen alle falsch sind, werden die halt von deinen Mods gestrikt, siehe Alpha Kevin oder Leerenfrau oder ganz viele andere, die es da ja noch gibt. Können wir mal ein Shoutout haben zum lieben Alpha Kevin. Sieht man ja auch zum Beispiel sehr schön, dass du bei Twitter zum Beispiel, nicht nur bei dir, also auch beim Dave zum Beispiel, die Kommentare einfach ausgeschaltet sind, dass es keinen freien Meinungsaustausch geben kann und man sich mit deinen Sachen auch mal kritisch auseinandersetzen kann, sondern nur die eigene Meinung wird rausgeplehrt, dann wird schnell die Mauer hochgezogen, dass bloß keine Kritik darunter mehr kommt und irgendwie ein Kommentar, der deine Sachen aufdeckt, die du falsch gesagt hast, vielleicht sogar noch mehr Likes bekommt als dein eigentlicher Post. Ja, wo kommen wir denn da hin? Aber daran würde man halt sehen, dass die Mehrheit das als Blödsinn ansieht, was du dann halt wieder geschrieben hast. Klassisches Abkapseln von der Realität. Wichtig ist nur, dass man alleine im rosaroten Schlösschen ganz oben im Turm sitzt und weiterhin denkt, alles wäre in Ordnung, während um einen herum die extreme Mehrheit der Leute, die sich mit dem Thema Shuyoka beschäftigen, ganz klar der Meinung sind, sie ist von allen guten Geistern verlassen. Und das ist ja der springende Punkt. Das ist ja wirklich der springende Punkt. Das erkennt sie aber nicht mehr, weil sie sämtliche Kritik blockt. Du kannst da keinen neutralen Meinungsaustausch erwarten. Das ist unfassbar. Also geht doch mal in den Shuyoka-Stream und kritisiert nur einmal. Ihr seid schneller weg, als ihr gucken könnt. Teilweise kannst du bei Twitter gar nicht kommentieren. Das geht gar nicht. Und wenn du das könntest, dann würde man nämlich genau wie Ofenkäse sagt, würdest du anhand der Like-Rate auf den Kommentaren schon sehen, in welche Richtung das geht. Es ist immer das Gleiche. Aber man will diesen Austausch einfach auch nicht. Man will es ja nicht. Na ja gut, der böse Ufi bekommt ein Follow von Carina Pusch und schon ist ein neues Zimmer im Kopf von Pia frei geworden, das ich nun auch beziehen kann. Im Moment noch ein sehr kleines Ein-Mann-Zimmer, aber wir schauen mal, ob sich das nochmal weiterentwickeln kann. Aber lass uns nun nochmal zu Dave kommen. Kurz zur Erklärung. Der Twitter-User Dave Otzelot ist einer von Shuyokas ganz engen Freunden, die natürlich nur eine journalistische und arbeitstechnische Beziehung zueinander haben. Ja, ich weiß auch nicht, was gerade mit meiner Stimme los ist. Muss mir gleich mal irgendwie ein Löschzweck aufmachen. Auf jeden Fall wird von ganz vielen vermutet, dass er hinter Kuchenfall steckt. Die Seite von KuchenTVs Aussagen, die so verdreht und unglaublich stark geframed herausgegeben werden und auf die Shuyoka immer ganz gerne reagiert. Ja, das ist ja auch kein Zufall. Also ich weiß es letztendlich nicht, deshalb sind alle Theorien hier nur Mutmaßungen auch. Oder es sind halt Theorien. Aber das Wording, was da genutzt wird auf Kuchenfiles, es deutet halt oftmals immer auf die gleiche Gruppierung hin, beziehungsweise auf die gleichen eins bis zwei Menschen. Und dass Shuyoka dann immer auch drauf reagiert und zufälligerweise zu 100% immer genau der gleichen Meinung ist, das wundert mich halt einfach nicht mehr. Es wundert mich nicht mehr. Und Gonzo, meine ich, hat da auch mal ein paar Vermutungen aufgestellt. Guckt da gerne mal auf GonGonReact nach. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und inhaltlich, wenn man das Wording allein betrachtet und die Art und Weise, wie man Zusammenhänge darstellen möchte, dann muss man einfach nur mal auf Twitter gehen und da sich einige Leute anschauen, wie die Zusammenhänge darstellen. Und da wird auch ein Schuh draus. Um das mal ganz vorsichtig zu formulieren, ohne irgendwem hier die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber es ist und bleibt einfach sehr, sehr verdächtig. Genau, Wording, Satzbau, Interpunktion, Orthografie. Ja, 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 ich stelle nur fest, Freunde. Ich beschuldige keinen, aber ich stelle nur fest. Auf jeden Fall scheinen die beiden doch sehr viel Kontakt miteinander zu haben. Denn das mal als kleine Geschichte am Rande. Als ich meine Videos zu Shuyoka gemacht habe und vor dem ersten Video, was ich dann hochgeladen habe, wurde mir von vielen schon gesagt, ja, die blockt dich gleich sofort weg und pass gut auf, dass da nichts passiert. Und erstaunlicherweise ist das am Anfang gar nicht passiert. Ich konnte über Twitter Sachen posten, Stellung zu ihren Posts nehmen und sie verlinken und auch ihre Posts halt selber sehen. Und nach mehreren Videos war das halt immer noch so. War ihr wohl dann noch so alles ziemlich egal, was ich dann halt gemacht habe. Als ich dann aber abends mal einmal gesehen habe, dass Dave und Shuyoka beide twittern und sich gegenseitig dann geantwortet haben, habe ich diesen Tweet hier abgesetzt, den ich euch mal vorlese. Zitat, ich muss mir gerade vorstellen, wie Shuyoka und Ocelot nebeneinander auf dem Sofa sitzen und sich gegenseitig um 21.30 Uhr auf x Antworten schreiben, damit es auch ja alle mitbekommen. Könnte das hinkommen, Zwinger-Smiley? Zitat Ende. Und nun ratet mal, was ungefähr 10 Minuten... Ja, dann wurde er blockiert. Safe call, weil jeder blockiert wird, das ist doch klar. ...achdem ich Dave und Pia im Zusammenhang gesetzt habe in meinem Tweet, wann passiert ist. Blog auf Twitter und auch Blog auf Twitch, wo ich noch nicht einmal irgendwas bei ihr... Hä, das müsst ihr euch mal vorstellen, Alter. Du bist auch nicht nur bei Twitter blockiert, du bist direkt auf Twitch auch schon. Da darfst du erst gar nicht reinschreiben, ja. Da qualifizierst du dich gar nicht. Da darfst du deine freie Meinung gar nicht äußern, weil du auf Twitter mal irgendwas geschrieben hast, was ihr nicht passt. Das ist so geil, ne? ...geschrieben habe, aber sie sind wohl meine Social-Media-Accounts durchgegangen und haben mich dann überall geblockt. Und wie das so ist beim Streisand-Effekt, hat mich dieses Vorgeben dann natürlich noch sehr interessiert. Und mein generelles Interesse an einem Dave ist dann natürlich nicht abgeflacht. Denn den scheint sie wohl bis zum Gehlichmehr beschützen zu wollen. Und das ist ja auch vollkommen okay, wenn sie ihr Freund ist... Ja, aber Streisand-Effekt, das definiert Shuyoka immer ein bisschen anders. Da sie mich ja jetzt hier auf Twitter auch feindmarkiert hat, um in ihrem Wording zu bleiben, hat das sicherlich auch keine negativen Auswirkungen auf meinen Twitch-Kanal, würde ich mal sagen. Ja, aber das versteht sie nicht. Also auch in KuchenTV, was meint ihr, was der zu Hause den Prosecco knallen lässt? Ja, wenn der wieder sieht, Shuyoka hat wieder einen ganzen Stream nur über den abgerentet. Shuyoka kommt mit Schubkarren voller Gold und liefert das bei KuchenTV zu Hause vor der Tür ab. Ja, ohne es zu merken. Und dann will sie euch noch im Stream erzählen, was der Streisand-Effekt ist. Also wirklich, sorry, aber so doof kann man gar nicht sein. Ist also jetzt im Sinne von Freundschaft oder vielleicht auch ihr Partner, ich weiß es ja nicht. Das wird halt nur vermutet. Aber dann ist das ja generell auch okay. KuchenTV hat das dann zum Beispiel mal behauptet, dass er das weiß mit den beiden. Und da hat Shuyoka dann das hier gesagt. Und wir hören das mal uns kurz an. Und jetzt kann ich euch mal fragen. Meint ihr, sie nimmt das ganz locker und bleibt ruhig, wenn es um... Ja, wahrscheinlich, oder? ...sie und Dave geht? Oder geht sie dann richtig steil? Wie bei mir mit den sofortigen Blogs aller meiner Accounts auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Seit ich weiß, woher willst du das denn wissen? Shirin Yaku, danke für deinen Stufe 1-Hab. Grüß gehen raus. Tim, woher willst du denn wissen, mit wem ich zusammenlebe? Wir haben noch nie privat miteinander geredet. Seit ich weiß, lebt KuchenTV übrigens mit einem flüssigen Haufen Scheiße zusammen. Oh, wie angepisst, aber auch direkt, ne? Bruder. Das ist auch so geil. Weil sie immer so übermäßig aggressiv dann anfängt zu sprechen. Anstatt einfach zu sagen, nö, das stimmt nicht, weiter im Text. Sie geht ja richtig drauf ein. Sie befeuert diese Thematik noch. Und dann rastet sie komplett aus. Wie ein bockiges kleines Kind, was stampfend in ihr Kinderzimmer rennt und die Tür hinter sich zuschlägt. Unfassbar. Ich bin davon überzeugt. Ich habe dafür natürlich keine Belege. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es einen großen, flüssigen Haufen Scheiße in seiner Wohnung gibt. Ja, und... Boah, Junge, das ist nicht mehr von dieser Welt, ne? Das ist nicht mehr von dieser Welt. Ihr merkt, sie hätte das ja auch alles ganz locker nehmen können, einfach widersprechen können. Aber wenn sie da auch so überreagiert und wieder mit ihren Fäkalvergleichen kommt, ja, dann weiß man, dass KuchenTV da... Freunde, wenn sich jemand mit flüssiger Scheiße auskennt, dann bin ich das. Weil ich war zehn Jahre lang Pfleger. Ich habe ganz viel von dieser flüssigen Scheiße gesehen. ...was schon ein Licht ins Schwarze getroffen hat. Auf jeden Fall ging es nun mit diesem Dave und Shuyoka darum, dass ASB-Mafia mit in diese ganze Thematik eingestiegen ist. Ihr kennt ihn vielleicht noch von damals. Er war der, der mit Rainer zum Beispiel hier auf der Parkbank da diskutiert hat. Oder damals auf der Kerwa auch mal Videos von ihm gemacht hat und mit ihm gesprochen hat. Und er sich nun wohl jetzt scheinbar zur Aufgabe gemacht hat, die Wohnung von Shuyoka in Berlin zu finden. Okay, Rotze. Das müssen wir uns bitte darauf einigen. Dieser Typ, den können wir, glaube ich, plattformübergreifend oder auch, ja, creatorübergreifend als SIF bezeichnen. Das ist nicht cool, da distanziere ich mich von. Und das ist absolut nicht witzig und man sucht diese Menschen nicht privat auf. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und er hatte dann am Freitagabend einen Ausschnitt gezeigt von einem Gespräch mit einem älteren Herren an einer Wohnung, die er wohl scheinbar besucht hat. Und wo der alte Herr dann meinte, ja, die Scholz wohnt oben da im zweiten Stock. So, und an dieser Stelle gleich mal vorneweg. Doxing ist unterste Schublade. Das ist aus gutem Grund illegal und das sollte auch niemand machen. Ihr kennt meine Meinung dazu, wenn er mich auf dem Kanal hier schon ein bisschen verfolgt. Niemand sollte für Kritik, die er üben will, Straftaten begehen. Punkt. Ist meine Meinung seit jeher und dabei bleibt. Ja, und der gehört auch bestraft und ich hoffe, sowas kommt auch zur Strafanzeige. Und ich hoffe, dass es diesbezüglich mal wirklich sensible Strafen gibt gerichtlich. Weil, Freunde, das ist, das muss uns klar sein, dass wir so untereinander nicht umgehen wollen. Ja, weder einer Schuyoka wünscht man das, noch möchte ich, dass man einen Alpha Kevin doxt. Noch viel weniger möchte ich natürlich, dass man mich doxt. Und da sollten wir natürlich alle ganz, ganz klar sein, dass das nicht geht. Bleib ich auch. Und das Thema Doxing war auch nachmittags, also ein paar Stunden bevor ASB Mafia diesen Tweet abends gepostet hat, noch bei Schuyoka im Stream Thema. Denn dort ging es bei diesem Kuchenfall auch genau darum. Und da hören wir mal kurz rein. War das Doxing? Ja. Der Irrtum Doxing sei nur strafbar, wenn die veröffentlichten Informationen aus nicht öffentlichen Quellen stammen und die Veröffentlichung von Daten, die aus öffentlichen Quellen stammen, sei grundsätzlich nicht strafbar, ist populär. Die Rechtsauffassung ist aber falsch. 126a des Deutschen Strafgesetzbuch lautet Gefährden des Verbreiten personenbezogener Daten 1. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts § 11 Absatz 3 Personenbezogene Daten einer anderen Person in einer Art und Weise verbreitet, die geeignet und nach den Umständen bestimmt ist, diese Person oder eine ihrer nahestehenden Personen der Gefahr 1. eines gegen sie gerichteten Verbrechens oder 2. einer gegen sie gerichteten sonstigen rechtswidrigen Tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert auszusetzen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2. Handelt es sich um nicht allgemein zugängliche Daten, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder Geldstrafe. Ja, okay, also klar, ne, Informationen verbreiten, selbst wenn sie zugänglich sind, das ist halt nicht cool, ich würde es halt auch niemals machen und sollten wir uns auch von distanzieren, selbst wenn die Daten öffentlich sind. Ich habe ja damals auch gesagt, wo man dann Dave, ja, ich finde halt nicht, dass man das Doxing nennen kann, aber laut Paragraph ja scheinbar schon, wo man Daves Gesicht gezeigt hat, wo klar war, wo er arbeitet, das konnte man irgendwie auch googeln oder recherchieren, aber selbst da habe ich schon gesagt, dass das nicht cool ist, dass man es nicht machen sollte und dass wir das für uns auf jeden Fall nicht wollen. Hier in der Rechtsprechung sagt man ja, dass man sogar härter bestraft wird, wenn das Informationen sind, die eben nicht zugänglich sind. ähm, Laberta Barber, danke für dein Prime Sub, zweiter Monat, Kuss. Drittens, Paragraph 86, Absatz 4 gilt entsprechend, es wurde Strafanzeige erstattet, by the way. Das weiß ich aus verlässlicher Quelle, das heißt, es wird halt brauchen, ne, Staatsanwaltschaften. Wie, das weiß sie aus verlässlicher Quelle? Da muss sie doch die Strafanzeige stellen, wenn sie denkt, sie wird gedoxet, hä, wer stellt denn da den Strafantrag? Wir brauchen, aber wir werden ziemlich sicher noch spätestens 2025 erfahren, wie KuchenTV darüber heult, dass alle anderen schuld sind, dass er jetzt schon wieder Probleme mit strafrechtlichen Prozessen hat, während er selber Leute gedoxet hat. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also um das zu erklären, weil KuchenTV den richtigen Namen von Dave im Video gesagt hat, hat er wohl Strafanzeige gestellt gegen KuchenTV. Und Pia regt sich in ihrem Video sehr, sehr darüber auf, dass Doxing betrieben wird. Und ohne mir nun ein rechtliches Urteil zu erlauben, weil ich kein Jurist bin, bezüglich dieser KuchenTV-Sache, von der sie hier spricht, Doxing generell ist scheiße, das ist meine Meinung. Habe ich ja schon gesagt, habe ich auch generell in allen Videos gesagt. Das aber nur nochmal zur Info für alle. Nun waren wir ja bei ASB-Mafia. Und der hat ein Video veröffentlicht, in dem er ja mit diesem alten Mann spricht und der alte Herr sagt sowas wie, ja, die Scholz wohnt da oben im Zweiten oder sowas. Nun waren da ja keine persönlichen Informationen bei. ASB-Mafia hat keine Adresse gepostet, wo er war, sondern er hat nur darüber gesprochen, dass wohl oben in einem Mehrfamilienhaus eine Scholz wohnt. Da gab es keine Adresse, die geleakt wurde oder sonst irgendwas. Also ich habe den Ausschnitt auf Twitter gesehen und fand es aber unabhängig davon, dass man halt, ja, nicht viel gesehen hat und auch nicht erkennen konnte, wo das genau ist, fand ich es unabhängig davon trotzdem nicht geil. Also wirklich nicht geil, weil ihr müsst euch vorstellen, natürlich sieht das eine Schioka auch. Und wenn ich mir vorstellen müsste, irgendeiner macht einen Tweet aus meinem Hausflur. Also das ist, das ist übelst Stalking. Auch wenn das für die Öffentlichkeit dann nicht klar war, wo das ist, aber trotzdem, das geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Und selbst wenn das Stalking in dem Fall super gering war oder, naja, im Prinzip fragwürdig, ob es Stalking war, selbst dann geht es nicht. Punkt. Er hat nur dieses Gespräch mit diesem alten Herren geteilt. Natürlich kann man das unter anderen Gesichtspunkten vielleicht auch alles... Ja, und mein erster Gedanke war, der Chat schreibt es auch, Scholz ist ein gängiger Name. Man konnte im Endeffekt gar nicht, ja, drüber nachdenken oder, was heißt drüber nachdenken schon, aber man konnte gar nicht Rückschlüsse zulassen, ob das jetzt wirklich Pia Scholz ist, die gemeint war oder wer anders, I don't know. Ich hab als erstes Mal gesehen hab, dachte ich, es sei ein Fake. Das war meine erste Intention. Das sind Fragestellend und natürlich kritisieren. Ohne Frage. Gibt's natürlich irgendwie Stalking, Nachstellung oder vielleicht auch Bedrohung oder sowas, weil er meinte, also ASB-Mafia in seinem Tweet meinte, sowas wie, ja, bastet, liebe Schoyoka. Aber wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber ich glaube, um Doxing handelt es sich hier von dieser Sache von ASB-Mafia nicht, denn er hat keine privaten Informationen geleakt. Aber gut, das sollen andere entscheiden. Wichtig hierbei ist mir nur, dass nachmittags Schoyoka stundenlang bezüglich den Kuchenfalls über Doxing spricht, sich dabei tierisch aufregt über das Thema Doxing und dann zum Beispiel auch sowas hier sagt. Darüber schauen wir dann im nächsten Artikel rein. Echt, wirklich, ich bin so abgefuckt. Und man ihr halt anmerkt, wie sehr sie dieses Thema mitnimmt und wie sehr ihr dieses Thema auf die Nerven geht. Und... Okay, logisch, aber da fühle ich das. Ja, da fühle ich das absolut, weil da wäre ich auch angefressen und abgenervt, weil das auch kein cooles Gefühl ist, dass jemand weiß, wo du wohnst. Finde ich auch nicht cool. Also da wäre ich tatsächlich mal auf ihrer Seite. Man kann sagen, verständlicherweise. Und nun ratet mal, was sie dann gemacht hat, als ASB-Mafia diesen Tweet an Schoyoka geschickt hat mit dieser zugegebenermaßen unnötigen Verfolgung und Suche nach ihrer Privatwohnung. Ich lese das mal vor. Zitat. Hey, Punkt, Punkt, Punkt. Was hältst du davon, dass du aufhörst, arme alte Menschen in Berlin zu belästigen bei deinem jämmerlichen Versuch, mich zu finden? Und dafür mache ich nicht öffentlich, wo du Punkt, Punkt, Punkt begangen hast und deswegen jetzt in Punkt, Punkt, Punkt wohnst. Das ist aber jetzt doch nicht ihr Ernst, oder? Das ist doch aber jetzt... Ey, Freunde. Also, komm. Das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Ja, also, das ist halt so... Was soll ich dazu sagen? Da fehlen mir jetzt aber auch die Worte, ne? Guck mal, sie beschwert sich komplett zurecht über das, was passiert ist und macht instant, ein paar Stunden später, also ist ja quasi ein Zusammenhang, macht dann genau das Gleiche und vor allen Dingen genau den zu provozieren, der droht sie zu doxen. Ich weiß auch nicht, wie unbedingt klug das jetzt war. Ja, der Chat schreibt es auch, ist clever, dem Kerl zu drohen, der schon auf die Suche nach dir ist. Ja, ist nicht klug? Wird sie wohl auch selbst feststellen, hoffentlich, aber... Meine Fresse. Sie bemängelt Doxing und macht es halt for real selbst. Naja, Freunde, das ist halt... Das ist halt auch nicht cool. Mir fehlen wirklich die Worte. Zitat Ende. Wisst ihr, was sie da gerade gemacht hat? Sie hat... Vor allen Dingen droht sie ja auch einem, genau, einem Jakob Rätsel auch schon seit Ewigkeiten mit Doxing, ne? Das ist ja auch Doppelmoral at its best. ...hat ASB-Mafia gedoxet. Sie hat genau das gemacht, was sie ein paar Stunden vorher so aufs Schärfste verurteilt hat. Sie hat seinen Vornamen und den Anfangsbuchstaben des Nachnamens genannt, das Land, wo er wohnt und ein paar berufliche Informationen, wo ich nicht genau weiß, ob die wahr sind und hat somit aber genau das gemacht, was sie vorher noch vorgelesen hat und verurteilt hat. Wir schauen noch mal in den Ausschnitt rein. Gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten. Erstens. Jo, sie hat den Artikel, den Paragrafen vorgelesen. Oh mein Gott. Und hat anscheinend gar nicht verarbeitet, was sie da gelesen hat. Macht es zwei Stunden später selbst. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts, Paragraf 11, Absatz 3, personenbezogene Daten einer anderen Person in einer Art und Weise verbreitet, die geeignet und nach den Umständen bestimmt ist, diese Person oder eine ihrer nahestehenden Personen in der Gefahr. Erstens. Eines gegen sie gerichteten Verbrechens oder zweitens. Einer gegen sie gerichteten sonstigen rechtswidrigen Tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche... Aber guck mal, wenn das irgendein Scholz war, woher weiß Pia dann, dass der Mann, der gefragt wurde, dement ist? Das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass Shuyoka das behauptet haben soll. Ich habe es nicht von ihr selbst gelesen, sondern habe es von anderen erfahren. Aber auch das wäre ja maximal dämlich. Wenn sie zusätzliche Informationen geben würde, dann hätte sie sich ja quasi self-exposed schon wieder. Vielleicht meinte sie den Bundeskanzler. Ja, da wird Demenz auf ihr... Ja, das ist gut. Das stimmt. Demenz wird da zutreffen, Freunde. Das könnte sie meinen. Stimmt. ...freiheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert auszusetzen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Zweitens handelt es sich um nicht allgemein zugängliche Daten, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder Geldstrafe. Und es handelt sich hier nicht um allgemein zugängliche Daten. Oh Mann, ey. Und dieser Tweet von ihr war kein Schnellschuss, den sie dann irgendwie schnell wieder gelöscht hat, weil sie vielleicht in Rage war wegen dieser ganzen Geschichte mit der Wohnung und sie das nur aus Versehen gemacht hat. Nein, der ist jetzt immer noch online am 26.10., wo ich dieses Video hier aufnehme. Ja, und da frage ich mich... Ja, Freunde, ich würde ja gerne gucken, ob der Tweet immer noch online ist, aber ich hab's ja geschafft, ich wurde schon wieder geblockt von ihr. Ich dann doch, wenn sie nachmittags Doxing verurteilt und abends selber Doxing betreibt und Namen rausgibt auf Twitter, die halt personenbezogene Daten sind, ist da nicht dieses schöne Wörtchen Doppelmoral zutreffend? Oh ja, meine Freunde, wenn ihr mich fragt, ist sie nichts besser als das, was sie zu Recht kritisiert hat. Was mich halt nur wieder immer wieder wundert ist, dass sie das selbst nicht sieht, wie sie sich so selbst krass widerspricht. Obwohl sie da dieses krasse Rechtsverständnis setzt nachmittags noch. Sie gegen alles, was ihr nicht so richtig gefällt, mit Strikes oder Anzeigen vorgeht, aber halt nur, wenn sie betroffen ist und von zum Beispiel Ey, das macht mich wirklich, das macht mich ein bisschen traurig, ehrlicherweise, weil, ey, die missbraucht da ständig irgendwelche Systeme, sie verarscht ihre Community, sie checkt ja selber nicht mehr, was sie sagt. Sie ist so kritikunfähig, blockt jeden weg. Sie kritisiert und dann auch zu Recht Doxing, macht es dann aber selbst. Ey, dieses ständige sich im Kreis drehen, dieses ständige sich selbst widersprechen und das aber zeitgleich den anderen zu unterstellen, meine Güte, das macht mich wirklich wahnsinnig. Beispiel einem KuchenTV einstecken muss, aber wenn sie selber austeilt, ja. Und der Tweet ist sogar noch da, schreibt der Chat gerade. Ja, was soll man, was soll man dazu sagen? Sie, sie lernt aber auch nicht. Sie lernt nicht dazu. Ah, liebe Freunde, dann wird auch mal ein ASB-Mafia gedoxt und sein Vorname bekannt gegeben, der halt von ihr in dem Zusammenhang mit seinem Künstlernamen ASB-Mafia in Verbindung gebracht wird, was sie halt vorher bei Dave genauso kritisiert hat. Ja, und das finde ich schon sehr, sehr extrem, meiner Meinung nach. Sie stellt sich ja so oft als moralisch überlegender. Stundenlang wird über die bösen, bösen Leute abgelästert. Urheberknecht schreibt, ich bin der Feindmarkierung gefolgt und bin jetzt hier. Ja, herzliche Grüße und vielen Dank nochmal an Shuyoka, dass sie mich da so herzallerliebst in ihrem Tweet als Feind markiert hat. Das freut mich wirklich sehr, weil seitdem, liebe Shuyoka, gehen meine Zuschauer zahlen durch die Decke. Ja, also Kuss geht raus auf jeden Fall. Und dann abends, wenige Stunden nach dem Stream, wird genau dasselbe gemacht, was sie vorher kritisiert hat. Nun ist sie ja vielleicht der Meinung, ja, wenn andere das bei mir und Dave machen, dann mache ich das auch bei denen. Aber auch das, liebe Pia, ist natürlich kein Argument, denn wir haben hier in Deutschland keine Selbstjustiz und wir regeln hier nicht Konflikte nach dem Motto Auge um Auge und Zahn um Zahn. Wenn du der Meinung bist, du oder Dave oder irgendjemand aus deinem Umfeld wurde gedoxt und da hat jemand gegen das Gesetz verstoßen. Ja, dann zeig ihn an, aber verstörst doch nicht selber gegen das gleiche Gesetz. Ich fand das also wirklich krass und scheinbar war diese Adresse jetzt auch nur irgendwie eine alte Adresse von Dave, so hat er das zumindest auf Twitter geschrieben. Also war das wahrscheinlich sowieso nur eine Ente und es ist nichts passiert. Natürlich kann man es trotzdem scheiße finden, absolut, wie gesagt, ich bin da auch absolut gegen, aber ein ASB-Mafia dann als Rache zu doxen ist wohl die schlechteste Vorgehensweise, die man machen kann. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ASB-Mafia nun der Meinung ist, gegen Pia dann vorzugehen und ihr eine Anzeige reinzudrücken, denn Pia hat uns ja selbst erklärt, wie schlimm Doxing ist und nach welchen Paragraphen man das anzeigen kann. Ja, meine liebe Pia, wenn du da nicht mal wieder in dein selbst erstelltes Fettnäpfchen getreten bist. Ja, das ist das Problem. Also sie hat in dem Zusammenhang ja wirklich recht, muss man sagen, aber die Schlussfolgerung, die gleiche Scheiße bei wem anders zu machen und sich dann wahrscheinlich noch eine Anzeige einzufangen, also versteht mich nicht falsch, aber besonders klug ist es halt nicht. Spannend, was da noch so passiert, aber als kleinen Tipp noch an dich, liebe Shuyoka, so mal ganz unter uns beiden. Wenn man Aussagen tätigt, wie, ja, Doxing ist scheiße, dann sollte man nicht ein paar Stunden... Also ob Shuyoka jetzt die genaue Adresse von diesem ASB-Mafia hat, keine Ahnung. Es scheint so zu sein, ich weiß es aber nicht und ich hoffe, dass eine Shuyoka da ein bisschen verantwortungsvoller mit den Informationen umgeht, weil natürlich ist das, was der gemacht hat, nicht gut und strafbar und verurteilen wir, aber naja, sich den gleichen Mitteln zu bedienen, ist halt nicht viel besser, um ehrlich zu sein. ...später Leute öffentlich doxen. Das kommt dann nämlich nicht ganz so gut und hilft nicht so wirklich in Bezug auf die eigene Glaubwürdigkeit. Aber gut, was interessiert einen das Geschwätz von vor ein paar Stunden? Stimmt's, Rainer? Ähm, stimmt's, Pia? Sorry, Pia, jetzt hab ich dich schon wieder mit jemandem verwechselt, der das auch immer so gut hinbekommen hat. Aber na gut, damit wollen wir es mal belassen fürs heutige Video. Ich wünsche euch allen noch ein wunderbares Wochenende, genießt das schöne Herbstwetter und bis zum nächsten Video sage ich Mad Love, meine Freunde! Ja, war ein gutes Video, Like ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, Ofenkäse kenne ich auch nur durch die Videos über oder, ja, zur Shuyoka-Thematik und fand das Video gut zusammengefasst. Ich finde ehrlicherweise die Ansätze gut, ich bin der gleichen Meinung und von daher können wir das an der Stelle supporten. Was da vorher mit Drachenlord oder weiß, was ich passiert ist, kann ich einfach nicht einschätzen, ist auch an dieser Stelle einfach auch nicht der Moment, das einzuschätzen. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare, lasst mir gerne ein Like da, macht mal als Algorithmus-Kommentar Doppelmoral. Ich glaube, Doppelmoral passt ganz gut, falls ihr bis hin geguckt habt, gerne mal Doppelmoral als Algo-Kommentar in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, wir sind fast bei 20.000, fehlt nicht mehr viel, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, bis dann und ciao.